einen wunderschönen guten hallo meine lieben kleinen freund hier auf youtube und herzlich willkommen zum farming simulator zurück mit balui und miri ich bin miri hat sich letzte folge in den riesen drescher gekauft und die ernte damit jetzt das hält und das sieht so cool aus ja und ich gehe jetzt sonnenblumen verkaufen das ist nicht cool geld für uns bringen ist nicht cool nein doch ist cool ich hab 31 euro dieses komische rohr benutzt er damit das abgeerntete in das silo im traktor rein fällt aber warum weiß es nicht warum das da so noch mal umgeleitet wird hätte das nicht intern einfach den anders machen können oder reicht nicht würde ich jetzt noch von innen das sieht auch cool aus und da sind sogar zwei sitze ein kleines kind was neben sonst könnte oder von verdient müsste eigentlich gehen jetzt anschmeißen wir haben geld bekommen sogar eine ganze menge sehr gut katze sehr gut hat hier vorhin gewesen ja ja so kann man hat zu fein gewahren wir haben von nichts mehr so viel dass es sich wirklich lohnen würde dann größeren vorrat momentan zu behalten weil wir haben keinen großen vorrat das einzige was ich gerade lohnen würde wäre gerste vom hofsilo in der transformer transportfirma zu verkaufen aber selbst das wäre gerade 5000 oder so wir brauchen halt einfach ein bisschen produktiveren verkauf deswegen habe ich gesagt also theoretisch sollte man ich weiß nicht was bestes aber ich glaube wenn man silage macht fürs kraftwerk bringt das richtig richtig geld aber das ist halt das problem wir brauchen noch meist da brauchst wieder ein spezielles gerät was diese diese häckse gut hinterlässt und ja also ich weiß dass du bei deinem momentan dröscher den du geliehen hast hinten eine planer aufspannen kannst damit sachen abgelegt werden wenn du das nicht machst dann würde der zum beispiel bei stroh oder bei 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 schalten das nicht raus machen aber es ist halt an aber trotzdem geht es auch aus schalten nur ist stroh nicht häckse gut du brauchst was anderes ja ja schon klar aber der jetzt momentan der lässt jetzt bei deinem boden auch nichts mehr liegen oder was das ist boden haben auch nicht schade ich dachte dass der das vielleicht dann irgendwie doch irgendwas hat was man nimmt dann müssen wir müssen wir wirklich also ich habe schon gehört die lage so viel kraftwerk und so bringt ganz gut geld aber erst mal dann müssen wir erst mal silage machen und die frage ist woraus wir das am besten herstellen irgendwas was häckse gut hinterlässt da gibt es nicht so viel tanzen wir hatten ja zum beispiel gedacht mais ja aber wir haben ja noch weizen theoretisch weizen der lässt keine häckse gut um eine hilfe das steht da drin welches man dafür nehmen kann und was es hinterlässt wenn du das dann weiß dann können wir das auch anpflanzen weil das feld hier ist halt jetzt gleich abgeerntet dann kann das wieder einer grube und einer säen wo ist denn eigentlich der anhänger mit katze bei mir in timbuktu unterwegs das fällt hier hinten das irgendwie nur zu einem ganz kleinen stück gewachsen fies da wächst gleich noch ja schon auch auf 15 fache geschwindigkeit das liebe ich ja ich wollte gerade im internet im steambrowser gucken nach was wir am besten herstellen sollen wollte das googeln hier auf eine seite und das erste was passiert ist erst mal ein selbst abspielendes ad was jetzt gerade fast sound gemacht hätte ja schön und wenn du auf die pause hast du drücken willst dann geht das nicht so wo soll kannst du mit meinem einhänger hin ach ich habe noch 50 prozent voll also du kannst auch später kommen wie viel hast du denn viele punkte drin ich hole mir schon mal den gruber um bei dir gleich aufzuräumen solange das zu tun habe kannst du gerne tun aber katze ich werde gleich also jetzt ich bin jetzt bei 44 prozent aber das ding was du gerade hast hat eine viel höhere höhe also du kannst jetzt schon theoretisch bei katze auch mir mir den geben mir auch sie passt rein in deinen anhänger das weiß ich nicht aber ungefähr 10.000 glaube ich ja siehst du mir auch passen augen für 10.000 bis jetzt nicht für jeden fall das ist spritverschwendung hast du denn jetzt schon geerntet auf seinem feld habe ich ganz recht angefangen ok warum von rechts weil ich da gerade mit meinem ding hingefahren hingekommen bin du hast ja noch nicht geerntet wie viel habe ich noch nicht geerntet ich habe voll viel geerntet meins wohl naja du hast auf jeden fall das riesige reife da nicht vor keine sorge ich bin nicht du das cool aus von draußen ja das sieht mega fett aus der sieht sehr professionell aus im gegenssatz zu dem kleinen ding was ja schon irgendwie wie viel kriegst du immer mit einer mit einem streifen 20 nicht ganz ich kann aber auch jetzt nicht überprüfen ob das düngen was gebracht hat oder nicht ein bisschen traurig aber eigentlich soll es pro düngung 30 prozent mehr ernte geben also also beim zuckerrohr kann ich dir das feedback geben das hat schon getan und zuckerrohr hat schon geholfen jedes mal wenn es halt nicht mehr blau ist also es nicht mehr gedüngt ist kannst du sagen neu düngen ja ja ich das jetzt mieten würde würde das 2000 kosten am tag 90 am tag was denn für ein ding das wäre zum das ist ein gerät zum ballen einsammeln das ich bräuchte damit ich die sachen dann theoretisch auch irgendwann mal folieren kann das problem ist ich glaube verpackt ein ball mit dem vergrasballen in folie ich glaube aber dieser ballenwickler den ich dazu brauche den man sich noch mieten müsste der nimmt die kleinen ballen nicht gibt es große ballen es gibt große ballen wenn ich mir der großen ja heuballen auch noch theoretisch richtig aber es gibt auch den big baller so heißt er übrigens wirklich es gibt den roll belt 150 und es gibt den big baller 1290 das ist auch ein krasser teil ja das klingt auch nach einem pornostreifen so ein bisschen jahren der big baller einsammeln von bellen tut mir leid ich würde das gerne probieren weil aus diesen hier steht ein ballenwickler verpackt grasballen grasballen hast du das im internet geguckt hast du nichts gefunden ja doch eben ich brauche einen ich brauche erst einen rasenmäher ich muss gras wenn wir wir können gras abernten und gras wir haben aber kein gras aber haben wir nicht überall felder in der gegend du musst gras dann anbauen du kannst gras säen und gras legen und so ist das bitter kannst du nicht irgendwas es gibt es als hexegut auch irgendwas was uns eine normale ertragreiche ernte gibt und das hexegut ist dann nur abfall das wäre doch viel viel sinnvoller also wenn ich jetzt gucke wenn ich silage herstellen gebe so kommen wir an hier mit dem anhänger bitte mach mal ein rohr ich weiß wo ich ungefähr hin muss so müsste passen das soll das sicher eine weise das abzug soll ich das einlagern oder verkaufen gehen ähhhhh Wohnen sind gerade nicht grün irgendwo ja aber die bringen auch so viel Geld finde ich am hafen ja 1400 glaube ich gerade 1400 am hafen ja ich gehe dir am hafen verkaufen wir brauchen jetzt erstmal Geld ich bin gleich voll übrigens ja mehr habe ich nicht für dich oh lol also jetzt die nächsten 2% kannst du mir auch noch voll machen ich habe aber nichts mehr ja da steht vor dir ein riesiges feld davon bitte ernte das und mach mir die letzten 2% noch voll ey von Hand kannst du ein paar rausnehmen so bitte jetzt hier einfach Rohr wieder ausfahren du bist doof tschüss ich habe kaum was geerntet gerade hat genau gereicht für 100 danke bitteschön so dann gehe ich damit jetzt zum hafen runter ja gemein viel Spaß tschüss wiedersehen bleib schön feurig danke tschüss bring Milch mit oder so bring Milch mit würde ich ja auch so theoretisch und Fisch nein mein Fischi nein fies meins Fischi ist dein Feld noch nicht restlich geerntet Miri also erntefähig es ist noch nicht gewachsen das ist immer noch das ist immer noch dunkelgrün ich verstehe nicht wie man man das so schlecht äh du meinst säen kann das ist äh das ist äh dazu brauchst du einen schweren Fall von Baloui ja oder eventuell habe ich einen Teil des Feldes gesät und bin dann offline gegangen ja richtig habe auch erst heute in der Aufnahmesession mehr gemacht so ein Kack wäre eigentlich auch möglicher dann ist denn dein Mähdrescher ich glaube nämlich ich bin schneller 9 km h ok ich bin 14 ja fies hast du einen Katzestrecker ne das ist meiner der kann auch so schnell wie ein Fies warum kann der nur mein Orangener der Fies weil der Orangene ist nein der Orangene ist halt der schwächste von allen vor allem weil er orange ist ja man mag die Farbe orange fies fies Doppelfies wie jetzt Tanzverbot Doppelfies hä wow wow der macht aber Doppelfies in deinen Videos Doppelfies ok ich glaube ich habe noch nie ein Video von Tanzverbot gesehen deswegen tut mir leid böse Zungen würden behaupten man hätte nichts verpasst oh 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 aber das ist natürlich eine komplett subjektive Einschätzung aber ich finde Doppelfies lustig ja auch unglaublich geil was dein Humor heute kann Baloui also besser als deiner Doppelfies also bitte jetzt habe ich es verstanden das ist äh ja na oh da werde ich noch den ganzen Tag lachen ja ich auch aber erst sobald ich im Keller bin Doppelfies ha 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 Geld 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 Oh wir bekommen Geld ich kann mir ne Kuh kaufen das überweist es erst mal mir das ich Schulden zurückzahlen kann Ich hab nur 7 000 wie weit bist du denn im Minus? ich dachte man kann nur 10 000 überweisen wir haben minus 140 000 nee Bei dir ein Bargeld? Kredit. Ja gut, aber das ist ja... Das ist ja kein Geld. Du bist ja jetzt deswegen nicht reicher als wir. Richtig. Das zählt ja nicht als Geld. Maul, alle beide. Maul. 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 Könnten echt noch ein weiteres Feld gebrauchen, glaube ich, so langsam. Ja, nimm mal einen Kredit auf. Leider haben wir dafür einen Mähdrescher gekauft. Damit ich aber auch so einen riesigen Gruber haben, bitte. Ja, ist klar. Damit wir überall nur noch einmal drüber fahren, aber irgendwie kriegen wir das Geld nicht jeder rein. Ja, voll cool. Einmal drüber fahren. Ich finde, wir gehen jetzt auf Forstwirtschaft. Wir haben uns zwar jetzt alle Geräte geholt für... Ich wüsste halt nicht, wo wir gerade Bäume ernten dürften. Jawohl. Du kannst ja Setzlinge kaufen zum Beispiel. Wo pflanzen wir die an? Auf dem Feld einfach. Die pflanzen das auf deinem Feld an. Ja, auf meinem Feld muss ich Bäume anpflanzen. Ja, dann pflanzt die an und dann musst du die ernten alle. Aber wie pflanze ich die denn an? Mit so einem Pilet-Pilet-Dingsbums. Aber die dauern doch 100 Jahre, um fertig zu werden. Ja, wahrscheinlich geht es ein bisschen schneller. Du kannst die halt auch von Hand ernten, theoretisch, mit einer Kettensäge. Und die kostet in der Anschaffung nur 1000. So eine Kettensäge. Ich möchte bitte eine Kettensäge. Aber ich glaube, du musst... Nur eine kleine. Aber ich glaube, du musst... Nur eine kleine. Aber ich glaube, du musst... Wie das Spiel ist pausiert. Warum hast du das Spiel pausiert? Moment. Ich habe eine Pausentaste auf meiner Tastatur. Hat jemand von euch in seinem Leben schon mal die Pausentaste auf seiner Tastatur verwendet? Das ist das erste Spiel, was ich erlebe. Ich bin sinnvoll. Ich bin sinnvoll. Ja, das sieht sehr sinnvoll aus. Mach weiter. Ich bin sinnvoll. Weitermachen. Und nach mir die Simpsflop-Vollflut. Oh, blauli. Deswegen bestelle ich mir später was vom Schnitzel-Joker. Weil du den Sprechen-Witz gemacht hast. Schnitzel-Joker. Wer ist das? Das ist ein Leverestor bei uns. Das heißt so? Ja, ja, die liefern XSL-Schnitzel, wenn du dich erinnerst. Nein. Kannst du bestellen, wenn du hier zu Weihnachten bist? Ich glaube, dann versteckt mich Miris Mutter. Aber ganz fest. Überrät einfach die Mutter von Miri so, dass sie denkt, dass es ihre Idee gewesen wäre, da zu bestellen. Ich kann das. Ich kriege das manchmal hin. Ich muss nur lange genug mit den Leuten reden und auf einmal denken sie, es war ihre Idee. Ist das bei Early auch hin? Immer. Er denkt heute noch, er macht YouTube, weil er selber wollte. Spaß für die Leute, die jetzt wieder Humorbehinderten in den Kommentaren sitzen und sagen, Ah, man hat Kultum. Das ist ein Kreis auf unserem Feld. Wann das Außerirdische? Ich mach dann noch einen. Das ist gut. Kannst du kommen, du kannst hier jetzt... Kann ich eigentlich Kortkreise machen in die Felder rein? Theoretisch ja. Kann es gerade auch sein, dass der Zucker auch schon wieder gewachsen ist? Nein, ist nur ein Teil. Deswegen, ich habe ja gesagt, wir lassen uns erst mal komplett durchwachsen. Blaulie, Blaulie... Oh, das fällt nicht. Das ist fertig, okay. Blaulie... Schu... Ersehen. Schu... 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 So, bitteschön, einmal die Ante. Schu... 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 Das hört sich sinnvoll an. Definitiv. so wo gehe ich das jetzt am besten verkaufen wieder wieder am hafen sind immer noch 1400 ja das bringt am meisten was mit deinem zuckerrohr was du geerntet hast das habe ich noch nicht vertickt ja warum nicht er weil zu momentan nichts gibt das meiste bringt momentan also das zuckerrohr bringt nur was bei der transportfirma das wollte ich das hier nicht aber es ist gerade gelb geworden ja aber das kannst du das mit dem mähtrescher brauchst du nicht diesen kleinen aufsatz das ist der mais stimmt das ist der mais miri du kannst mais ernten das kannst auch nur du weil der aufsatz geht nur für deinen kleinen bist du dir nicht ein für für auch falsches gerät für deinen kaufen ja auch noch für so ein gebrauch aber du willst doch gehäckseltes zeug haben das geht doch mit diesem aufsatz nicht aber ich weiß was ich da brauche ja aber dann kannst du dich nicht die ganze warum habe ich dann überhaupt meist angepflanzt wenn du eh nicht vor hast du häckseln da es gibt ein feld häcksel ist er das das ein feld das macht doch was er kann vielleicht häckselt er auch nur das feld und nicht die sachen die die pflanze aber vor allen dingen kann er nicht das ganze glaubt du kannst bald das zeug ernten miri ja das habe ich vorhin schon versucht aber es wollte deswegen muss aber in der hilfe nachlesen ich komme nämlich gerade nicht so ganz drauf klar wie das zu tun hilfe hilfe für häcksel häcksel gut so häcksel gut erhält man hauptsächlich durch das ernten von mais mit spezialisiertem gerät ja steht nur nicht daran was ja aber das schmerz du kannst dafür ein feld häcksel in verbindung mit einem schneitwerk und anhänger verwenden häcksel gut kann auch aus weizen gerste oder raps gewonnen werden also mais kannst du auf eine feld häcksel dafür wollen wir eine extra ernte maschine wie dumm ist denn das bitte also er warst feld häcksel dafür halt wie dumm aber desto schneller wir in silage kommen desto besser kostet aber 800 am tag feld häcksel können die angegebene fruchtarten geerntet werden zusätzlich ein passender feld häcksel schneitwerk ja ist klar ich mache jetzt den kreis hier auf dem feld kaputt tut mir leid das problem ist was ich sehe es gibt eigentlich nur diese drei feld häcksel und ernte also war was der häcksel steht hat das sind andere symbole ich kann das nicht identifizieren ja magie übrigens noch mal geld bekommen oh ja schön das kann ich mir schon fast zwei kühe kauf das ist nur die ganz normale erntemaschine so was denn hier mit dem kack halt immer noch nicht ernten ich muss kurz raus tappen für die menschen die sich jetzt gerade wundern weil mir gerade akut bewusst wurde okay wir haben noch genug speicherplatz ich habe vergessen auf den speicherplatz vor der aufnahme zu gucken das tue ich normalerweise immer so hier der da ist das schneitwerk für den rost also ich kaufte ich schon bankrott wir haben doch mittlerweile wieder ein bisschen geld ja was alles wird kredit refinanziert so in was hast du denn den kredit investiert was in was du den kredit investiert hast ja in den großen mähe einheit links in den aufsatz der gehört uns oder wie das ding hier wenn ich jetzt den rostel masch damit wir hexen gut kriegen investieren kostet halt alleine 17.000 die frage ist ob wir nicht viel lieber schafe oder so machen wollen oder irgendwas anderes also ich würde gerne gras anbauen ich würde ehrlich gesagt sagen scheiß auf den mais wir bauen den mais normal abbauen da gras an und machen daraus silage dann ist vielleicht einfacher als wenn wir jetzt extra nur für und das wirklich nur für mais eine extra erntemaschine kaufen vielleicht ein bisschen früher aber das gehackte ja du brauchst dann extra nur für das mais ein extra ding das ist ja das sonst würde ich ja nicht sagen du wolltest unbedingt meist wollte ich auch das ganze beschissene feld mit miri 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 du kannst hier hinten ernten das kurz ausprobiert ja ich sitze das gerade drin ich habe vor zwei minuten schon ja aber du kannst jetzt ernten tat kurz rein geschreit geschreit genau reingefräst ich habe kurz rein gefräst um zu gucken ob es funktioniert wie ist es überhaupt mit den schafen wo dürfen wir die schafe was kosten ganz kurz bevor wir jetzt mehr schafe anschaffen sollten wir mal gucken ob unsere kühe überhaupt überleben die überleben aber wir haben können die halt nicht füttern wenn mit schafen ist es glaube ich ein bisschen einfacher wir müssen nicht gefüttert werden tiere schafe solange du deine schafe für das produzieren die wolle schafe fressen ausschließlich gras und neu wir brauchen sowieso gras sowieso gut und die wolle zu verkaufen musst du die volle palette bei der schafweide mit der palettengabel greifen und zur spinnerei bringen also das heißt sie produzieren einfach passiv für dich aber wir brauchen halt gras und heu und das müssen wir jetzt anpflanzen ich würde sagen wir machen ein feld gras und ein feld heu oder nicht ja man kann heu einpflanzen ja also das weizen und dann kommt heuer als abfallprodukt raus aber dann müssen wir doch trotzdem noch den mais hier ernten lauli müssen immer noch den mais ernten ja dann wechselt doch kurz bitte die strecher weil ihr habt ja beide denn bei miris feld geht gerade der große katze will jetzt produktiv werden was ist da denn los dein zuckerrohr ist gewachsen nein ist es nicht die mitte ist immer noch nicht gewachsen warum nicht denn die ganze ernte am rand weil ich die da abgelegt habe hat sie will nicht geld machen die ernte aufheben zuckerrohr kostet nix bringt uns keinerlei geld was da liegt es sind vielleicht 2000 dollar die da liegen also ich hätte also du würdest bei dir in der firma lieber fünf tage durcharbeiten für 2000 euro statt einen auftrag für 10.000 an einem tag zu haben ihr zeugen miri bitteschön die hat so eine große schneidmaschine nein lass sie doch dahinten stehen lass sie doch am anfang vom feld stehen ja steht sie doch achso ich dachte du fährst sie hierher ich komme gleich zurück wenn blauli das schon zugetraut wird traurig ist auch wohnen ne was du da hast ja trecker 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 und machen wir den nicht kaputt ja ich folge fertig aus wenn man sich die vorstelle dann stell dich doch nicht davor weil wir die messer klingen reingreifen muss aber gleich abladen ist schon fast voll ja mach ich mich ganz zusammen vielen dank der anhänger steht gerade hier kannst du theoretisch schon rein rotzen wo steht der steht neben zuckerroffeld gerade einfach nur b drücken und dann senkt sich das schneidwerk und gibt gas drück mal b ob man das angeht ja geht an cool gut finde ich dass er quasi einen hubschrauberlandeplatz oben drauf hat drück mal o drück mal hupe cool das ist jetzt meine nein das wird teuer für dich den hab ich gekauft die 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 lauli hat hier einfach alles durcheinander gebracht bei meinen aufsätzen was oh nein hat sogar meine schaufel auf den kopf gedreht was zum fick das war mir nein das war ich nicht das war mir nein doch du hast mich umgekippt also ist das deine schuld mit der schaufel hä ich hab dich gerettet nee du hast die schaufel so gewacht nein hab ich nicht doch das war deine schuld na ich denke nicht ich bin nicht schuld ich bin nicht schuld da mehr was ja was die empörung doofköpfe weh 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 wir können verstecken spielen komm wir verstecken Realisis Geld gut gemacht Kredit ha 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 ! ha 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 haMost hahaha da hat Zucker raus gewachsen je ist es nicht. Vielleicht. Schon interessant, wenn Baloui die ganze Zeit die Witze aus seiner Kindheit macht. Der einzige Unterschied ist, dass damals nur King Arthur gelacht hat. Bei mir kommt Katze ohne voll die dunkle Musik und da fährt er auf einmal so ein Mähdrescher vor. Du merkst, merkst du eigentlich noch irgendwas, Katze? Hast du aufgefallen, dass Miri und ich überhaupt nicht über dich lachen? Ja, das ist aber... Ich kenne das vom Familienfest. Bei mir lacht nie jemand außer mir selber. Deswegen, ich bin Alleinunterhalter im wortwörtlichen Sinne. Unterhalte eine Person, das ist alles. Ja, das machst du gut. Man! Man! Du rierst ja jetzt nicht. Rom! Rom! Hallo! Rom! Tag! Kann ich Ihnen helfen? Nix, ich wollte nur Brumm machen. So, brrrrrr. Genau. Du musst mit diesem Mini-Aufsatz Scheiß-Mais ernten. Na, das wird ja was werden. Es ist halt überhaupt nicht viel Mais. Du kannst aber, du musst Platz machen, ne? Also, du musst die... Ja, wobei, wenn Miri nachher das fertig hat, dann kannst du das einfach... ...ernten. Wegbringen, meine ich. Trim, 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 trim. So ernten die also Maiskolben. Ist ja interessant. Bin mir nicht mal sicher, ob die das gerade so ernten. Muss ja. Muss so sein. Wenn bei Ludwig sagt, muss das so sein. Aber ich glaube, wie die jetzt dabei kaputt kommen und dabei kaputt... Ich finde das krass. Also, ich denke mal, die werden ja nicht extra einen Landwirtschaftssimulator bauen oder entwickeln, wenn das der nicht so machen würde. Und deswegen... Kann ich mir schon vorstellen, dass es genauso funktioniert. Könnte sein, dass es zwar so funktioniert, aber dass kein Bauer das mehr so macht. Ja, nee. Und dass der halt eben nur diese teuerste Maschine haben. Es gibt bestimmt noch Bauern, die da durchlaufen und da Maschinen haben, die von Hand ernten. Was? Maschinen, die von Hand ernten. Hast du schon jemals... Nein, aber das hatten wir schon mal, das Thema. Du warst ja noch nie auf dem Feld. Du lebst ja irgendwo in der Stadt. Aber du nicht. Ich bin auf den Filtern aufgewachsen. Wo ist der um Stuttgart? Ja, mehr Dorf geht aber nicht, als auf den Filtern aufzuwachsen. Da kann ich in Schwäbisch Gmünd einziehen, um auf dem Dorf aufzuwachsen, auf dem Feld. Nein, das muss mir die erst bestätigen. Vorher glaube ich das nicht. Was? Hat Katze recht? Wir waren doch schon oben auf den Feldern. Ja, aber hat Katze recht? Wenn du durch Bernhausen oder Simmingen gefahren bist, das Einzige, was du siehst von der Straße aus, wo du durchfährst, sind Felder, sobald du rauskommst aus dem Dorf. Ja, aber das ist doch nicht ein Dorf. Ein Dorf ist, wenn rundherum die nächsten 20 Kilometer nichts Großes kommt. Ja gut, die Schwäbische Alp ist schlimmer dazu. Deswegen, ja, wie gesagt, Schwäbisch Gmünd schon, aber da ist halt... Hilfe. What the fuck, Alter? Da hast du echt wirklich eine Menge. Was? Eine Menge was? Ja, eine Menge Felder auf den Fildern. Ach so, bei euch. Die paar. Da, wo die Flugzeuge mal drüber fliegen. Ja, das ist schön. Kerosin verseuchte Filderkraut. Rosin verseuchtes Filderkraut? What the fuck? Kerosin verseuchtes Filderkraut. Kerosin verseuchtes Filderkraut. Ach, der Kratsch. Was sollen da Rosinen drin? Die bauen Kraut ein und machen da noch Rosinen rein. Oh, lecker. Lecker, 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 lecker. Ja, ja. Leute, wir wissen ja eigentlich, wie lange die Folge schon wieder geht. 30 Minuten und 8 Sekunden. Kannst du mehr Werbung schalten. Ja. Können wir aber schon ab 10 Minuten schalten. Dafür müssen wir es nicht tun. Deswegen, ihr Lieben, war es das mit der heutigen Folge. Wir hoffen sehr, sie hat euch gefallen. Guckt bei Katze und Miri vorbei. Lasst da mal auch ein Abo da. Das tut den beiden auch ganz gut. Und ansonsten macht es gut. Dankeschön fürs Einschalten. Und wenn ihr weiter Landwirtschaftssimulator sehen wollt, dann haut doch mal den Like-Button bei uns allen, dass wir irgendwie mal auf 10.000 Likes für eine Folge kommen. Das wäre mal cool. Bei allen zusammen? Glaub ich. Vielleicht kommen wir erst mal auf 10.000 Aufrufe. Geben. Doch, bei allen zusammen. Also bei allen zusammen. Also ich würde mal sagen, bei 600 Likes oder so wäre schon viel bei mir. Ja. 600 Likes wäre schon wirklich viel. Aber Likes bringen euch gar nicht weiter. Machen uns nur glücklich und kosten euch nichts. Also im Endeffekt eine Lose-Lose-Situation. Das ist einfach nur für uns so nach dem Motto, uns gefällt das, dass ihr wirklich so lange Videos macht und den ganzen Tag Trecker fahrt. Das zeigt uns einfach nur, dass wir alles richtig machen. Weil, wenn ihr das nicht tut, dann denken wir, ja, kriegt sowieso keiner mit, was wir hier spielen. Deshalb, danke fürs Dabeisein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. bleibt schön feurig. Bye. Cranes up